Weiter geht's! Und wir waren stehen geblieben, das letzte Mal vor dieser, ähm, ja, Tür, Durchgang, Weg, was ihr wollt. Also rein hier. Ich weiß immer noch nicht, was diese blinkenden Teile hier zu bedeuten haben. Ähm, es hat gerade ein bisschen geleckt, aber egal. Okay. Und jetzt? Moment. Ist zwar eigentlich absurd, aber ich probier's mal. Ja, es geht, oder? Nee, Moment. Nein, es geht nicht. Hm. Nein. Nein. Hm. 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 Okay, hm. Vielleicht muss ich jetzt später hier hin. Äh. So. Dann gehen wir mal erstmal andersrum. Hä? Bin ich gerade durch das Ding durchgerollt? Naja, egal. Ähm. Nee, hier komm ich noch weniger hoch. Hä? Okay, Moment, dann vielleicht ganz anders. Da war ja noch diese andere Stelle, wo ich angeblich, äh, noch so eine Wand hochgehen konnte. Ah, hier. Wahrscheinlich. So. Aha. Das sieht schon interessant aus, aber ich piepe. Das ist nicht gut. Was ist hier? Ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Das ist nicht gut. Aber wie lasse ich die Fee erscheinen? Etwa mit einer Bombe? Nee, oder? Das wäre irgendwie absurd. Hm. Kann ich sie überhaupt schon erscheinen lassen? Das ist die nächste Frage. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber ein Fee brunnen ist es definitiv. Moment, ich versuche das, was anhand des Schildes noch einigermaßen Sinn machen würde. Nope. Nope. Nee. Ach, vergiss es. Ich komme später zurück. Vielleicht. So. Ach, Mann. Wie viel Schaden machen die Dinger? Hoffentlich sind die Herzen drin. Nein. Dubin. Nein. Okay. Noch. Okay. Okay. Noch. Ich wollte gerade sagen. Noch ein Treffer und ich bin tot. Okay. Äh, da ich gerade in der Mitte eines Videos bin, mache ich jetzt einfach weiter. Mal gucken, wo ich wieder erscheine. Nicht euer Ernst. Was? Das kann nicht euer Ernst sein. Okay. Tut mir leid. Ähm. Dann werde ich wohl nochmal hier hoch... Obwohl. Moment. Das geht ja auch so. Genau. So geht's viel schneller. Hier war ich noch gar nicht in der Ecke. Ah. Hier bin ich jetzt. Interessant. Okay. Aber ich glaube, ich musste dorthin... Na, äh, warum leckt das? Nee, nicht hier. Weiter runter. Genau. So, dann hier runter. Und da rauf. Runter, rauf, runter, rauf, rauf, runter, rauf, runter. So ungefähr fühlt sich das grad an. So, aber ich geh trotzdem nochmal hier hin, weil vielleicht jetzt dort Herzen sind. Das lag gerade ziemlich. Ich hab immer Angst, dass ich dieses Wort so komisch ausspreche. Vielleicht sollte ich dann jetzt was anderes sagen. Also, nicht lag, sondern, ähm, hängt es zu altmodisch. Hm. Ihr könnt mir ja was vorschlagen, wenn ihr lustig seid. So. Ah, da war grad ein blauer Arachno oder sowas. Ah, ich scheine schon auf dem Gipfel zu sein. Fast zumindest. Hm. Ich frag mich, ob dann bald der zweite Dungeon kommt. Ey. Ich hasse solche Mogelgegner. Die cheaten. So. Ach, Mann. Äh, hey. Hallo. Du hast mich wohl vorbeilassen. Okay. Ähm. Mir ist das jetzt grad wichtiger, Herzen zu finden, als diesen Gegner zu vermöbeln. Nee. Ähm. Das sieht verdächtig aus. Nein. Nein! Nicht nochmal das alles. Bitte nicht. Oh, Mann. Weiter. Irgendwann werde ich sowas rausschneiden. Verspreche ich euch. Aber... Erstmal nicht. Bin im Moment noch zu doof dafür. So. Ne, Moment. So geht's glaub ich schneller. Ja. Klar geht's so schneller. Ja. Ich musste wahrscheinlich vorher den Stein dort zerstören. Jetzt geht's so natürlich nicht schneller. Och, nö. Oh, Mann. Leute. Das ist doch jetzt nicht mehr witzig. Warum kann ich nicht so viele Bomben tragen? Warum kann ich nicht so viele Bomben tragen? Und warum sterbe ich dauernd? Gut, das liegt wahrscheinlich an mir. Das tut mir leid. Das ist jetzt total langweilig für euch alle. Aber... Ich, äh... hab im Moment keine gute Methode das rauszuschneiden und... deshalb lasse ich das einfach drin. Erstmal... kann ich ja auch alles vom Spiel zeigen, ne? Nicht nur die Sachen, wo ich weiterkomme. Sonst ist das so von wegen... Hey, ich schaff alles beim ersten Versuch! Und das will ich nicht. Weil, stimmt ja auch nicht. Ich fass es nicht. Ein und dieselbe Steilwand. In einem einzigen Video. Dreimal erklimmen. Ich glaub, das hat vor mir noch keiner geschafft. So, rauf da. Ach, Mann. Ja, lass dich zweimal treffen, denke. Wirklich cooler. Ach, Mann. Ich vergess das immer. Jetzt piep ich schon wieder. Egal. Jetzt ist mir alles egal. Jetzt will ich da nur noch rüber. Oh, Mann! Ich dachte eigentlich, als ich beschlossen hab, mit dem Let's Plane anzufangen, dass ich wahrscheinlich eher zu der ruhigeren Sorte gehören würde. Aber bei sowas... Oh, es regnet. Da ist ein Schrumpfstein. Das ist schon wieder so ein Ding, das aussieht wie ein Corona. Es sind sogar zwei davon. Hm. Okay, da muss ich wahrscheinlich als kleiner Link hin. Und das werde ich im nächsten Video zeigen. Also, Leute. Bis dann.